Hallo, guten Tag, hier spricht Diego Serratos. Ich werde euch auf jeden Fall heute ein Rezept für eine authentische Salsa Mexicana beibringen. Dafür braucht ihr auf jeden Fall Tomaten, frische Tomaten, frische Zwiebeln, Jalapeno Chilis. Es gibt trockene Chilis, die heißen Pasilla Chilis, die kriegt man online. Die sind trockene, schwarze Chilis, sehr karamellig, sehr aromatisch. Die geben euch auf jeden Fall einen schöneren Geschmack und einen schönen Kick in der Soße. Ihr braucht ein kleines bisschen Tequila bzw. Mescal. Das könnt ihr natürlich, wenn ihr Alkohol in einer Familie habt oder so oder Kinder, könnt ihr auf jeden Fall den Alkohol verbrennen und das passiert dann alles ganz gut. Dann hat man keine Sorge und kein Risiko mehr. Dann auf jeden Fall in einer Pfanne mit etwas Fett. Ich mag natürlich Butter oder Schweineschmalz. Und da brät ihr sehr gut das ganze Tomaten, Zwiebeln. Ich nehme super, super gerne Knoblauchzehen. Ich liebe Knoblauchzehen. Darum nehme ich immer 8 bis 10 Knoblauchzehen. Ihr werdet schon sehen, es kommt noch eine frische durch Koreaner Petersilie. Ich nehme sehr gerne Thymian, Zimt, etwas mexikanischer Bohnenkraut. Das heißt Epasote. Viele Leute sagen, es gibt Bohnenkraut in Deutschland. Ja, das ist richtig, aber der Geschmack ist völlig anders. Unser mexikanischer Bohnenkraut oder Epasote sieht sogar farblich schwarz bzw. purpur aus. Also ich empfehle auf jeden Fall euch das zu kaufen. Das gibt es im trockenen Zustand, in türkischen Supermärkten bzw. im Internet. Misch einfach verschiedene Chilisorten, die ihr findet. Ich zum Beispiel in Europa benutze sehr gerne die hungarische Paprika. In Mexiko heißt sie Cascabel, Chile Cascabel. Ich benutze auch gerne Chile Morita. Wie gesagt, alles online zu finden. Und ja, einfach die Zwiebeln, die Tomaten, der Knoblauch, ein kleines bisschen Brühe. Ich mache sehr, sehr gerne meine Brühe selbst und dafür benutze ich Suppengrün, Lorbeerblätter, ordentlich Gemüse, Karotten, vor allem, weil das natürlich auch einen schönen Geschmack bringt. Ja, und dann nehmt ihr Salz, Meersalz. Ich nutze sehr gerne Agavesalz. Das ist so ein kleines bisschen rauchig. Dann ein kleines bisschen Agave-Dicksaft für die Schärfe, damit sie ein bisschen kondensiert wird oder ja, nicht ganz, nicht nur scharf ist. Dann habt ihr einen schönen Aroma. Alles anbraten und ja, so ein bisschen verdunsten lassen, schöne karamellisierte Zwiebeln kriegen. Alle Chilisorten, vor allem die trockenen, müssen ein bisschen weich werden oder eingeweicht werden. Und zum Schluss, wenn ihr sozusagen schon die Masse gebraten habt, dann nehmt ihr einfach den Pürierstab oder einen Stehmixer und ihr könnt definitiv alles pürieren. Es sollte nicht ganz so flüssig sein. Also eine mexikanische Salsa ist immer etwas, ja, so wie ein Püree, so wie eine Masse. Und das könnt ihr super gerne auf Steaks und in den Tacos und Salate oder in der Brühe. Ich mache dafür zum Beispiel sehr gerne Pozole oder andere mexikanische Eintöpfe und Suppen. Das könnt ihr zum Beispiel sehr gut als, ja, als Basis für eine Brühe, um eine Tortillasuppe zu machen zum Beispiel. Dafür würde ich aber auf jeden Fall mehr Basilla-Chili empfehlen. Nehmt das alles, wie gesagt, püriert das. Wenn ihr den Alkohol verbrennen wollt, dann macht das direkt in der Pfanne. Und ganz zum Schluss, wenn die Soße schon püriert ist, nehmt klein, hackt ein kleines bisschen Koreaner, ein kleines bisschen Petersilie. Wenn ihr wollt, zur Deko noch ein kleines bisschen Zwiebelchen, rote Zwiebeln oder ein bisschen Salote. Und ja, abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und dann ist eure Soße sozusagen fertig. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr folgt mich weiter. Und ich verspreche weiter und bald viele weitere Videos zu machen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich kontaktieren und anschreiben. Meine E-Mail-Adresse ist info-at-diego-serratos.com Schaut euch gerne bei Google. Ich gebe super gerne Kochkurse. Und ich koche bei euch gern zu Hause oder ich bringe euch das mexikanisch Kochen bei. Abgerundet mit sehr schönen Anekdoten. Und das auf jeden Fall, um euren Liebsten, Familien, Freunden und so weiter und so fort. Mit einer Menge Spaß zu beglücken sozusagen. Ich freue mich und ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Ich warte auf euren Feedback. Und ja, dann viel, viel Spaß dabei. Guten Appetit. Oder wie wir in Mexiko sagen, buen provecho. Ihr seht jetzt schon im Video, ich bin jetzt am Pürieren der Soße. Also nachdem alles, was ich erzählt habe. Ihr seht ja, ich mache zum Beispiel sehr gerne beim Pürieren, also nicht heiß, sondern erst bevor es püriert wird, den Koriander rein. Und ja, es soll so püriert werden, wie jetzt gerade im Video gesehen wird. Und zwar, wie ihr seht, nicht ganz so flüssig, sondern eher so eine Masse. Also, guten Appetit. Buen provecho und hasta la vista.